Hi, heute spreche ich mit Dr. Ulrich Kemper über verschiedene Wege, Alkoholsucht zu erklären. Denn, das schon mal vorweg, es gibt verschiedene Wege, Alkoholsucht zu erklären. Nicht nur einen. Ich muss innerlich immer den Kopf schütteln, wenn es heißt, Sucht geht immer auf Trauma zurück. Oder wenn es heißt, Sucht ist ausschließlich die Folge von außer Balance geratenen Botenstoffen im Hirn. Sowas zu behaupten, halte ich für unseriös. Und was am allerschlimmsten ist, diese Absolutheitsansprüche, die verunsichern Menschen. Und sie sind auch einfach nicht gerechtfertigt. Es gibt keine einfache Antwort auf die Frage, warum Menschen süchtig werden. Sucht ist superkomplex. Und Sucht entsteht bei uns allen aus einer ganz individuellen Kombination aus Faktoren. Ich möchte dir mit diesem Interview heute verschiedene Erklärungsmodelle von Sucht vorstellen. Und dafür habe ich den idealen Interviewpartner eingeladen, Ulrich Kemper. Der leitet im LWL-Klinikum in Gütersloh die Suchtabteilung und er weiß einfach supergut Bescheid. Und damit du den Überblick nicht verlierst, ich blende dir während des Interviews die Kernaussagen des Modells ein, über das wir in dem Moment sprechen. Herr Dr. Kemper, ich freue mich so, dass Sie heute hier sind, dass Sie mich besuchen und dass dieser Kanal und meine Zuschauerinnen und Zuschauer von Ihrem Wissen profitieren dürfen. Ich kenne Sie ja schon ein bisschen, aber für alle, die Sie noch nicht kennen, bitte stellen Sie sich mal vor, wer sind Sie, was haben Sie für eine Ausbildung und was machen Sie? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann. Ja, ich heiße Ulrich Kemper. Ich bin von Hause aus Arzt und zwar Psychiater und Psychotherapeut. Das heißt, ich habe Medizin studiert und dann habe ich zuerst als Kinderarzt gearbeitet und dann habe ich mich entschieden, in die Psychiatrie zu wechseln. Das kam damals daher, weil ich einen Psychiater sehr verehre, das ist der Klaus Dörner und der hat zu dem Zeitpunkt damals in Gütersloh gearbeitet. Und weil ich den so toll finde, habe ich gesagt, von dem möchte ich mich gerne ausbilden lassen und deshalb bin ich nach Gütersloh gegangen. Ja, und dann, wie es der Zufall so wollte, bin ich da hängen geblieben und letztlich Chefarzt der Suchtabteilungen geworden. Da gibt es in Gütersloh 2 eine Rehabilitationsabteilung, das ist die Bernhard-Salzmann-Klinik, da kann man von Alkohol, Medikamenten, Drogen, aber auch von pathologischem Glücksspiel sich entwöhnen lassen. Und es gibt eben die Krankenhausabteilung, wo die Menschen zur Entzugsbehandlung hinkommen. Also einfach, wenn jemand mit Trinken aufhören will oder mit Heroin aufhören will oder jetzt zunehmend auch mit Cannabis aufhören will, dann kann er zu uns kommen und kann entweder ambulant oder stationär sich behandeln lassen. Und das macht mir immer noch viel Spaß. Was war an Herrn Dörner so toll? Was haben Sie an dem bewundert? Herr Dörner war Sozialpsychiater, das heißt, er hat Geschichte und Soziologie noch studiert, außer Medizin. Und dem ging es immer darum, dass er sagte, man muss den Menschen in seiner Ganzheit wahrnehmen. Und nicht nur mit Medikamenten behandeln, sondern muss auch ins Umfeld gucken. Das heißt, wenn es jemandem schlecht geht und er hat keine Wohnung, dann ist es auch Aufgabe des Arztes, sich um die Wohnung zu kümmern. Und das hat mir einfach gut gefallen, weil er auch das Herz am rechten Fleck hatte und eben die Menschen jetzt nicht nur mit Medikamenten behandelt hat, sondern auch geguckt hat, was kann ich sonst noch tun. Wir sprechen ja heute über die verschiedenen Perspektiven, die man einnehmen kann, um eine Suchtentstehung oder eine Alkoholabhängigkeit zu erklären. Deswegen jetzt mal meine Einstiegsfrage. Alkoholabhängigkeit oder Alkoholkonsum, ist das für Sie eher Ursache oder Symptom? Das ist eine gute Einstiegsfrage. Ich glaube, dass man es so nicht aufteilen kann in diese beiden Bereichen, sondern dass verschiedene Faktoren zusammenkommen. Einmal ist es beim Alkohol so, das wissen wir, dass der Alkohol an sich ein Gift ist. Das heißt, Alkohol ist ein hochpotentes Gift in meinen Augen, weil er dringt ja auch in alle Körperzellen ein. Also nicht nur ins Gehirn und nicht nur in die Leber, sondern letztlich auch in die Knochen dringt Alkohol ein und verändert auch was im Menschen. Das heißt, der Alkohol, wenn man den konsumiert, dann verändert er uns Menschen. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die, das wissen Sie auch, die Probleme haben. Und dann wissen wir, man lernt, aha, wenn ich Alkohol trinke, dann fühle ich mich fröhlicher, dann fühle ich mich entspannter. Und dann gewöhnt der Körper sich daran. Und dann ist sozusagen letztlich das Alkoholtrinken das Symptom, was dann entstanden ist, aus einer anderen Ursache. Ich finde es ganz gut, dass Sie das ansprechen, dass man natürlich nie so sauber unterscheiden kann zwischen Alkoholkonsum ist das Symptom oder Alkoholkonsum ist die Ursache. Ich finde die Unterscheidung per se aber ganz sinnvoll, um zu verdeutlichen, dass es verschiedene Perspektiven darauf gibt oder dass es verschiedene Wege gibt, das zu erklären. Und deswegen würde ich diese Modelle, also diese Versuche, sich der Wirklichkeit anzunähern, gerne mal mit Ihnen durchdiskutieren, damit wir mal ein Gefühl dafür bekommen, wie viele unterschiedliche Sichtweisen es allerdings gibt, weil das ja dann auch total dabei hilft, dass Menschen so ihren eigenen Blick entwickeln können und ihre eigene Erklärung finden können. Ich hoffe, Sie haben gut ausgesucht. Ich habe mal recherchiert. Ich bin auf 36 verschiedene Theorien gekommen, wenn wir die alle heute besprechen sollen. Die besprechen wir nicht alle. Wir brauchen noch ein bisschen länger. Machen wir eine Serie, so acht YouTube-Videos. Nee, ich genau. Also das ist gut, dass Sie das anmerken. Es gibt wahnsinnig viele und dann geht es ja auch noch in diesen esoterischen Bereich und so. Das decken wir jetzt alles nicht ab. Es geht jetzt nur um ein paar Beispiele, um einfach zu verdeutlichen. Es gibt nicht diese eine Erklärung von Sucht und ich glaube, das ist einfach momentan ganz wichtig, weil gerade auf Social Media und so gibt es welche, die ganz radikal so eine Sichtweise vertreten und das viele verunsichert, wenn sie sich darin nicht wiederfinden und dann denken, sie seien falsch oder so. Okay, also deswegen fangen wir mal in diesem Symptombereich an. Und da würde mich mal interessieren, wie hat man sich Alkoholabhängigkeit denn in früheren Jahrhunderten erklärt? Also Stichwort moralisches Versagen, wenn wir jetzt mal so ins 18., 17. Jahrhundert zurückblicken. Das ist gut, dass Sie es ansprechen, weil der Alkoholismusbegriff ist ja relativ neu. Der ist erst frühes 19. Jahrhundert ja überhaupt erst sozusagen bei uns in Europa aufgekommen. Und wie wir aus der Bibel oder anderen historischen Quellen wissen, hat der Alkohol ja auch und der Alkohol, der schädliche Alkoholgebrauch ja schon eine lange Rolle gespielt. Und da ist es tatsächlich so, dass es als moralisches Versagen oft gesehen wurde. Alkohol war lange ein ganz bedeutsames Nahrungsmittel auch. Sie müssen sich vorstellen, so schönes Trinkwasser, wie wir das hier vor uns stehen haben, das gab es früher in den Burgen oder in anderen Gelegenheiten nicht. Das heißt, Alkohol war auch eine Möglichkeit, Flüssigkeit zu konservieren. Das heißt, wenn man was Trinkbares haben wollte, dann war das zum Beispiel Bier oder Wein mit anderen Promille gehalten, als wir das heute haben. Niedriger. Prozent gehalten, niedriger, ja, aber dadurch war es eben trinkbar. Und wenn dann eben jemand vom Saufteufel befallen war, Sie sehen, der Teufel kommt schon aus dem religiösen Motiv her, dann galt er eben als charakterschwach. Und diese Tradition, die hat sich dann eben auch ins 18., 19., 20. Jahrhundert fortgesetzt. Das hieß natürlich, dass auch das anfängliche Behandlungssystem ein moralisches war. Man sprach dann englischsprachig von Moral Treatment. Und das heißt, auch in Deutschland wurde Sucht behandelt mit den drei A's. Andacht, Abgeschiedenheit und Arbeit. Und wenn Sie mal sich eine Suchtklinik angeguckt haben, jetzt so wie die unsere, die meisten Älteren, die sind also abgeschieden. Das heißt, die sind irgendwo weit auf dem Lande, damit die Menschen eben fern von allen Verführungen, heute würde man Tankstellen sagen, damals gab es die noch nicht, da waren es dann nur die Wirtshäuser, zu denen man gehen konnte. Und dann wurde gebetet. Und alle mussten eben arbeiten. Weil man sagt, wenn jemand arbeitet, dann hat er eine sinnvolle Aufgabe. Arbeit galt als gottgefällig. Und damals gab es ja auch noch keine Psychotherapeuten. Auch das ist noch ein neuer Beruf. Sondern es waren dann eben Diakone oder Hausväter, also sowohl damals protestantischen wie auch im katholischen Bereich, die sich für die gefallenen Männer und Frauen eingesetzt haben und versucht haben, die auf den Weg der Tugend zurückzubringen. Ja, interessant. Das heißt, es war noch gar nicht im medizinischen Bereich angesiedelt. Nein. Wurde von der Kirche abgedeckt. Wurde von der Kirche abgedeckt oder eben jetzt auch nicht nur kirchlich, sondern auch von, ich sage mal, anderen idealistischen Gemeinschaften. Also auch die gab es damals schon, die sich eben jetzt nicht einer Glaubensrichtung verbunden gefühlt haben und aus humanistischem Ideal dann ihre Therapieangebote gemacht haben. Und wie effektiv waren diese Therapieangebote? Weiß man da irgendwas drüber? Man weiß das. Es gibt ja historische Quellen auch darüber, dass die durchaus erfolgreich waren. Menschen merken ja, wenn man sich um sie kümmert. Und wenn jemand aus einem schwierigen sozialen Umfeld vielleicht erst mal in die Ruhe tatsächlich so einer Klinik kommt. Und wir wissen ja auch, dass Arbeit was Stabilisierendes hat. Das kenne ich von mir selber, wenn ich morgens schlechte Laune habe und nicht so richtig in Gang komme. Und ich bin erst mal an meinem Arbeitsplatz und kann mich auf meine Arbeit und meine Aufgaben konzentrieren. Das tut auch was für die Stimmung. Und das hilft einem auch über Schwierigkeiten hinweg. Also die Behandlung war durchaus erfolgreich. Wobei dieser Grundgedanke, dass jemand, der suchtkrank ist oder alkoholabhängig ist, vom Teufel besessen ist und dass es eine Charakterschwäche und moralisches Versagen ist, natürlich was tief Unmenschliches hat. Ja. Aber es hat sich ja zum Teil bis heute auch noch in den Köpfen gehalten, dieses Du bist charakterschwach. Das ist vor allen Dingen jetzt aktuell wieder ein großes Thema. Das heißt natürlich jetzt Stigmatisierung. Und es gibt eine große Studie darüber, dass Alkoholismus die am meisten stigmatisierte Krankheit ist, sogar noch vor Schizophrenenerkrankungen oder Psychosen, weil man eben keinen Alkoholiker in seiner Umgebung haben möchte, weil nachher macht der Krach oder der wird gewalttätig und überhaupt sind das ja schwierige Menschen. Oder allein der Begriff, die Begrifflichkeit Alkoholiker, ist, finde ich, hochgradig abwertend. Man hat einen Menschen, der an einer Alkoholerkrankung leidet, das ist okay. Aber es ist ja nicht ein Mensch nur Alkoholiker, sondern das ist eine kleine Facette betroffen, vielleicht auch eine größere Facette, aber es ist sicherlich nicht der ganze Mensch, der nur aus Alkohol besteht, Gott sei Dank. Ja, da rennen Sie bei mir ja offene Türen ein, was das angeht. Ich würde gerne zu einer anderen Hypothese, zu einem anderen Modell übergehen, den ich auch in diesem Symptombereich ansiedeln möchte. Das ist die sogenannte Selbstmedikationshypothese. Das Modell, das davon ausgeht, dass ich mit Alkohol etwas medikamentiere, das tiefer liegt und das Schmerz verursacht. Was hat es damit auf sich? Das ist eine heute auch noch sehr verbreitete These, auch bei meinen Kollegen teilweise. Es gibt einen Kollegen, den ich sehr schätze, Herrn Professor Thomasius, der ist Kinder- und Jugendpsychiater in Hamburg und vielleicht haben Sie über die Cannabis-Diskussion schon mal von ihm gehört, der ist ja ganz aktiv. Und er sagt, ich unterschreibe keinen Arztbrief, wo nicht mindestens noch eine zweite psychiatrische Diagnose drinsteht, denn wer alkoholkrank ist, der muss mindestens noch eine andere Krankheit haben, sonst wäre er ja gar nicht alkoholkrank geworden. Und da bin ich mit ihm, obwohl ich ihn, wie gesagt, sonst sehr schätze, ganz anderer Meinung. Natürlich gibt es Menschen, die eine Depression haben oder die eine posttraumatische Belastungsstörung haben und darüber krank geworden sind. Aber ich persönlich kenne aus meiner jetzt mittlerweile auch langjährigen Berufserfahrung auch Leute, die haben ein normales Elternhaus gehabt, die haben eine normale Schulaufbahn durchlitten, die sind weder depressiv, noch haben sie eine andere Krankheit, sondern die sind zum Beispiel, weil sie in einer Winzerfamilie groß geworden sind, frühzeitig bereits sozusagen von Kindesbeinen an mit Wein beträufelt bzw. versorgt worden. Und daraus hat sich eine Alkoholabhängigkeit entwickelt. Und das ist aber vielleicht auch immer, denke ich, ein Artefakt, also ein Fehler in unserer ärztlichen Wahrnehmung. Sie haben ja auch schon darüber berichtet, es kommen ja nur ganz wenig Menschen im Hilfesystem an. In den Entwöhnungseinrichtungen, man muss sich das immer auf der Zunge zerlegen, das sind drei Prozent der Alkoholkranken, gelangen nur in die Entwöhnungsbehandlung. Insgesamt nur 15 Prozent kommen überhaupt in das Suchthilfesystem. 70 Prozent sind quasi unbehandelt im klassischen medizinischen Sinne. Und bevor jemand zum Beispiel zu mir in die psychiatrische Institutsambulanz oder in die Klinik kommt, da muss natürlich ein Karriereweg schon relativ weit fortgeschritten sein. Das heißt, da kommen dann die Schwerstkranken oder eben die Patienten mit Doppeldiagnosen an. Und die, ich sage mal, ganz normalen Trinker, die kommen oft nicht mit dem Hilfesystem in Berührung. Und die kriegen jetzt von ihnen Hilfe, was ich ja sehr schön finde. Weil für Menschen, die eben nur alkoholkrank sind, da ist oft doch der Zugangsweg doch für bestimmte andere Institutionen sehr schwierig. Ein Suchtexperte, der bei dieser Selbstmedikationshypothese recht populär ist gerade, ist Gabor Maté, der so für einen Satz bekannt ist, dieses The question is never why the addiction, but why the pain. Und ich glaube, das greift auch so gut, gerade auf Instagram ist das riesig. Also dieses, es steckt immer irgendwo ein Trauma dahinter und so. Und ich glaube, dass das auch so als Erklärung ganz gut funktioniert, weil das natürlich auch gut dann in der Therapie sich fortführen lässt. Du kannst dahinter schauen, welches Bedürfnis ist dahinter und so. Wie gehen Sie denn da in der Therapie vor? Wie finden Sie denn heraus, war es das Symptom oder ist es das Symptom oder war es die Ursache? Ich kann es mir relativ einfach machen, weil eine andere wichtige Erfahrung aus der Suchtmedizin ist, wenn jemand zum Beispiel eine Erkrankung, zum Beispiel eine Depression hat und hat auch die Suchterkrankung, dann könnte man ja vermuten, ich behandle die Depression, entweder mit Gesprächspsychotherapie oder mit Medikamenten und dann hört er auf zu trinken und dann ist das Ding erledigt. Und das stimmt nicht, weil das ist vielfältig nachgewiesen, sondern ich muss beides behandeln. Weil auch wenn eine Suchterkrankung durch die Selbstmedikation entstanden ist, was ja unbedingt möglich ist, da muss ich beide Erkrankungen behandeln und wie man heute auch weiß, mehr oder weniger gleichzeitig behandeln. Denn wenn ich nur die Depression behandeln will und jemand trinkt dabei weiter, dann kriege ich keine vernünftige Depressionsbehandlung hin. Ich kann aber auch nicht jemanden nur quasi den Alkohol wegnehmen, den er vielleicht braucht, um sich zu stabilisieren, damit die Depression nicht überhand nimmt, weil dann bringt er sich schlimmstenfalls um. Das heißt, ich muss Depressionen und das dann zusammen behandeln. Und dadurch habe ich es relativ leicht. Das heißt, ich würde, wenn ich in meiner Therapieeinrichtung bin, sowieso mal gucken, was haben Menschen noch. Deshalb machen wir eine psychiatrische Diagnostik und fragen nach, gibt es noch Angststörungen und, und, und. Und das kann man aber, das muss man auch wissen, bestimmte Krankheiten kann man erst diagnostizieren, wenn jemand, ich sage mal, längere Zeit schon auf dem Wege der Nüchternheit ist. Zum Beispiel? Na, sagen wir, nehmen wir die Depression. Wenn Sie sich vorstellen, ich habe ja eine Abteilung, in der auch Menschen vom Alkohol entzogen werden, auf der Station während des Entzuges sind 80 Prozent der Patienten depressiv. Aber warum sind die depressiv? Einmal, weil der Entzug schon mal eine Depression macht. Und auch, wo es nicht der Entzug ist, die sehen erst mal, in was für einer Situation sie stecken. Dass die Familie zerrüttet ist, dass die Arbeit weg ist. Wenn ich die letzten Jahre durchgetrunken habe, dann habe ich dafür die Wahrnehmung nicht. Jetzt habe ich auf einmal einen klaren Kopf und sehe, vor welchem Scherbenhaufen ich stehe. Und allein deshalb habe ich schon eine reaktive Depression. Also das ist sicherlich ein Punkt, wo man genauer hingucken muss. Das andere ist eher die Gefahr. Und deshalb bin ich mit den Kollegen nicht so ganz einig an der Stelle. Es gibt zum Beispiel jetzt auch Menschen, die sagen, na ja, wir müssen bestimmten Menschen ja vielleicht dann auch ihre Substanz lassen. Egal, ob das jetzt Alkohol ist oder Opiate sind. Weil die sind ja zum Beispiel so schwer traumatisiert und das Trauma können wir gar nicht behandeln. Dann ist es doch besser, jemand trinkt weiter. Und das halte ich für ausgesprochen verhängnisvoll, weil man natürlich auch das Ausmaß von bestimmten Erkrankungen auch sich erst vernünftig angucken kann. Auch der Patient, der Betroffene selber angucken kann, wenn er dafür nüchternen Kopf hat. Deshalb ist das Ideale für mich eben zu sagen, ich mache eine Entzugsbehandlung, ich mache eine Entwöhnungsbehandlung und gucke dabei auf die ganzen komorbiden Störungen. Und dann hat er natürlich eine größere Chance, nicht rückfällig zu werden. Aber zu sagen, alle haben eine komorbide Erkrankung und die muss ich unbedingt behandeln. Vorher brauche ich mich an die Sucht nicht heranzuwagen, halte ich für falsch. Was aber eben wichtig ist zu sagen, bei diesen fast 60 Prozent, die noch eine zweite Diagnose haben oder eine Komorbidität, das ist jetzt nicht immer im Sinne einer Selbstmedikation, sondern da ist unter Umständen die zweite Erkrankung Folge der Suchterkrankung. Und das dürfen wir nämlich auch nicht vergessen. Ich hatte das schon am Beispiel der Depression. Wenn jemand lange getrunken hat, hat dadurch natürlich eine Menge Porzellan zerschlagen, sowohl Persönliches, Soziales, Berufliches, dann kann auch das ein Auslöser sein für eine Depression. Oder eben auch Gehirnveränderungen. Und das weiß man auch, wenn man lange genug die toxische Substanz Alkohol konsumiert. Dann gibt es eben auch dauerhafte Veränderungen im Gehirn, die lange dauern, um dann erst mal sich zurückzubilden. Und diese Depression, die sich aus dem Alkoholkonsum entwickelt hat, geht die dann automatisch wieder zurück, wenn jemand aufhört zu trinken? Oft. Also nicht automatisch und nicht immer, aber oft. Das haben wir übrigens auch bei körperlichen Erkrankungen. Bei Lebererkrankungen ist es klar, wenn einer viel getrunken hat und es ist noch nicht die Leber in narbiges Gewebe umgebaut wie bei der Leberzirrhose, sondern die Vorstufe ist die sogenannte Fettleber. Und ich höre auf zu trinken, dann ist nach drei Monaten, sechs Monaten die Leber wieder in Ordnung, weil ein robustes und regenerationsfähiges Organ. Und so haben wir das bei anderen Erkrankungen auch. Ganz viele Patienten, die zu uns in die Klinik kommen, haben zu hohen Blutdruck, also arterielle Hypertonie. Die ersten zwei, drei Monate, also auch wenn sie schon nüchtern sind, ist der Blutdruck immer noch ohne Medikamente 180, 110. Und am Ende der Therapie, die ja Gott sei Dank in Deutschland noch 14 Wochen dauern darf, brauchen die keine Blutdrucktabletten mehr. Ohne, dass wir da jetzt besonders viel für getan hätten, außer dass der Betroffene selber gesagt hat, ich trinke nicht mehr. Ja, es ist so cool, was sich alles wieder regeneriert. Ja, und ich glaube, was bei dieser Selbstmedikationshypothese noch ganz interessant ist, ich habe mal von Andreas Heinz, von der Charité, so einen schönen Satz gelesen, mit welcher Lupe oder mit welcher Taschenlampe Sie reinleuchten, irgendwas finden Sie. Ja. Und ich denke, klar, wir haben alle schwierige Momente gehabt in unserer Kindheit. Wir sind alle bis zu einem gewissen Grad irgendwo beschädigt. So ist es. Und klar, wenn man dann mit dieser Traumalampe reinleuchtet, irgendetwas findet man. Mein ehemaliger Chefprofessor Giorna, von dem ich eben schon hier kurz erzählt hatte, der hat, es geht ja immer so durch, die werden ja immer unterschiedliche Säue durchs Dorf getrieben, was jetzt gerade wieder an psychiatrischen Erkrankungen ist. Und er hat gesagt, wenn man alle Deutschen gründlich untersucht, dann wird man nach den Medien zumindest bei 120 Prozent der Deutschen psychiatrische Erkrankungen sind. Also klar, das machen wir jetzt mit so einem Lächeln. Aber ich finde, es ist ganz wichtig, das eben auch mal zu thematisieren. Weil klar, es gibt Trends. Es gibt bei den Medizinern den Satz, wer keine Krankheit hat, ist nur noch nicht gründlich genug untersucht. Ja. In diese Richtung, es geht in die Richtung Selbstmedikationshypothese, ist aber ein bisschen anders gelagert. Und zwar ist das dieses Erklärungsmodell, das besagt, Sucht ist ein Ausdruck einer mangelnden Bindung. Ja. Was fällt Ihnen dazu ein? Das kommt im weitesten Sinne aus den tiefenpsychologischen Theorien. Sie kennen Sigmund Freud, Sie kennen die Entwicklung der tiefenpsychologischen Theorien. Das ist ja nicht nur die klassische Psychoanalyse, sondern die Dinge sind ja weiterentwickelt worden. Und da kennen Sie, dass Sie sind selber Mutter. Jeder Mensch durchläuft eine orale Phase. Das ist das Baby, was erst mal entweder an der Mutterbrust hängt oder was Fläschchen kriegt. Das ist sozusagen ganz Mund. Und eine Zeit lang hat man eben den Suchtkranken unterstellt, dass sie quasi im weitesten Sinne in dieser Phase irgendwie hängen geblieben sind. Da gibt es einen schönen Ausdruck. Das ist das oral-kaptative Wesen des Suchtkrankens. Das heißt, der Suchtkranke saucht sich im übertragenen Sinne irgendwo fest und lässt nicht wieder los. Und es ist sicherlich für einige Menschen auch nachvollziehbar, dass die tatsächlich in ihrer Kindheit traumatisiert sind und daran sich auch nicht erinnern können, weil Sie und ich, wir können uns nicht daran erinnern, was im ersten Lebensjahr mit uns passiert ist. Und dann kann es eben sein, dass dieses Nicht-Satt-Geworden-Sein in dieser frühen kindlichen Phase dann auch in der weiteren Lebensentwicklung nicht wieder aufgeholt worden ist und dass einem das hängen bleibt. Und dann liegt es natürlich nahe zu sagen, dieses Loch, was da entstanden ist, an mangelnder Bindung, weil letztlich geht es ja so, dass dann über den engsten Kontakt der Milchaufnahme dann die Bindung erst zur Mutter, dann zu weiteren Bezugspersonen, Vater oder dem Rest der Welt erfolgt. Und wenn in dieser Bindungsentwicklung Störungen aufgetreten sind, dann ist eben nach der Objekttheorie ist dann eben die Möglichkeit, dass man dann eben dieses Bindungsbedürfnis mit dem Alkohol stillt. Und dass dann die Wärme, die ja auch einen Schnaps gibt, dass die eben dann die fehlende menschliche Wärme ersetzen kann. Und nach diesem Modell, wie therapieren Sie dann? Dann würde man tatsächlich sich mit dieser Bindungsthematik auf unterschiedlichste Art und Weise auseinandersetzen. Es gibt auch Tiefenpsychologen, die entsprechend arbeiten, die dann nach den Methoden der Tiefenpsychologie zu gucken, was ist das für eine Bindungsstörung und eben auch versuchen, Menschen dabei zu helfen. Wobei, wie ich eben schon gesagt habe, das geht nur, wenn ich gleichzeitig auch suchtspezifisch arbeite. Weil auch das haben die Tiefenpsychologen probiert und haben gesagt, wir machen eine tiefenpsychologische Behandlung und die Patienten trinken aber trotzdem weiter. Das heißt, ich muss auch speziell zum Beispiel dann als Arzt, Ärztin darauf bestehen, dass Menschen in der Zeit, in der sie bei mir in Therapie sind, nicht weiter trinken. Eine Therapie unter Alkohol funktioniert nicht. Ja. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel so einen tiefenpsychologischen Ansatz wählen, wie lange dauert das? Und geht es rein über die Erkenntnis und das Verständnis desjenigen oder kriegt er auch Handlungsanweisungen? Nein, das ist ja immer das, was missverständlich bei der Tiefenpsychologie ist. Das heißt, viele Menschen, die da sich nicht mit auskennen, die denken, man kriegt erklärt, aha, man hat als Kind Mangel erfahren und dann ist das Problem weg. Aber das ist ja genau nicht der Fall. Sondern die Idee ist, dass ich in der klassischen Psychoanalyse quasi neue Erfahrungen mache. Das heißt, ich gerate in eine Übertragungssituation mit meinem Therapeuten und ich arbeite, das ist ein Begriff auch der tiefenpsychologie, ich arbeite bestimmte Dinge durch. Das heißt, ich schaffe es in der Therapie, neue Beziehungsmuster für mich zu erarbeiten. Denn nur die Erkenntnis, ich habe es in der Kindheit schlecht gehabt, die hilft einem überhaupt nicht weiter. Sondern ich muss dann in der Lage sein, Sie kennen das, die fortgeschrittenen, aus der tiefenpsychologie entwachsene Methoden ist zum Beispiel die innere Kindarbeit, die Sie kennen, dass man also sagt, ich habe da dieses Kind in mir, was gelitten hat, was nicht satt geworden ist, weder mit Milch noch mit menschlicher Wärme. Und dieses Kind kann ich jetzt als Erwachsener trösten und ich muss jetzt nicht in diese kindliche Position zurückfallen und nach dem Fläschchen greifen, was jetzt eben nicht mehr Milch enthält, sondern Wodka. Und das kann man dann in der Therapie entsprechend durcharbeiten, aber es funktioniert nur über heilsame Erfahrungen, die ich mache. Und in der Therapie ermächtigen Sie dann denjenigen für sich selbst, ein Elternteil zu sein? Und was wird auf Sie übertragen? Wer sind Sie? Na, in der Therapie ist es eben oft so, dass man als Therapeut, einige, die noch das kennen, in Deutschland ist es nicht mehr verbreitet, die klassische Psychoanalyse, einer liegt ja auf der Liege und der Therapeut oder die Therapeutin sitzt hinter dem Kopfende und dann fragen sich alleine, was soll das denn? Und der Hintergrund ist, dass die Klientin, die Therapeutin nicht sehen soll, damit sie die sozusagen, damit sie die Mutterrolle auf die übertragen kann. Das heißt, der Therapeut wird dann unter Umständen Mutter und Vater und dann wird im Kopf, im Erleben, aber eben nicht im Verstand, sondern im Erleben des Klientens werden dann diese verschiedenen Rollen in der Therapie durchgearbeitet. Okay, und das ganze System kann dann praktisch lernen, diese Situation neu zu erleben und dadurch neu zu bewerten und da nach und nach dann raus zu heilen. Ja, und da gibt es auch andere Erfahrungen zum Beispiel, was ja auch immer große Irritationen auslöst, dass man zum Beispiel im Rahmen dieser Übertragung sich in seine Therapeutin oder seinen Therapeuten verliebt. Das gehört zu vielen therapeutischen Prozessen dazu und ist, wenn der Therapeut das professionell damit umgehen kann, eigentlich ein Zeichen für eine gute Therapie. Das heißt, ich habe dann in der Übertragung ein Phänomen und dann muss ich zum Ende der Therapie aber das natürlich wieder loslassen, damit ich eben mit meiner Therapeutin, meinem Therapeuten neue Erfahrungen. Das ist von der Therapieform her aber relativ aufwendig, oder? Ja, die klassische Analyse, die ging ja früher oft über fünf, sechs Jahre. Ja, auf Wahnsinn. Und heute wenden wir ja nur einzelne Elemente, die dann auch im Laufe der Zeit weiterentwickelt worden sind in unseren Therapien an und die klassische Erfahrungsweise, die funktioniert immer noch, aber die ist natürlich letztlich nicht sehr effizient jetzt im Sinne, wie viel, auch wie wenig Therapeuten es gibt und wie viele Betroffene, dass man es gar nicht leisten kann. Dauert eben entsprechend lange, wenn man das so machen will und wir machen dann eher jetzt die Dinge, die moderner sind, wie die innere Kindarbeit, wo wir dann Dinge ausprobieren können. Bei diesem Bindungsansatz, da gibt es auch noch ein ganz interessantes Experiment, über das wir im Vorfeld auch gesprochen haben, Red Park, ne? Bitte erzählen Sie uns mal davon, weil das ist wirklich spannend. Da ging es allerdings nicht um Alkohol, sondern in dem Ursprungsversuch ging es um Heroin, also um Morphium. Und dann hat man eben ursprüngliche Ratten, wie man das so kennt aus den Versuchen, immer in kleinen Käfigen gehalten und dann wurden die alle relativ schnell drogensüchtig, wenn man denen die Drogen schmackhaft machte. Hatte ich Ihnen am Telefon auch schon erzählt, Ratten sind, wie wir wissen, kluge Tiere und die nehmen von sich aus weder Morphium zu sich, noch nehmen die Alkohol freiwillig zu sich, aber die machen das genau, wie wir Menschen, die mögen gerne Süßes. Und infolgedessen hat man tatsächlich für die Ratten auch entweder Alkohol-Pops gemacht oder eben auch das Morphin mit entsprechenden süßen Säften oder anderen versetzt oder in einem Setting über den Ratten das Morphium gespritzt. Und dann hat man eben diesen Rattenpark, also eine wunderbare, große Landschaft, wo die Ratten Tunnel hatten und wo die dunkle Ecken hatten und hellere Ecken hatten und Fraßangebote hatten, eingesetzt und einen anderen Teil des gleichen Rattenstamms, den man vorher alkoholabhängig gemacht hatte oder eben auch drogenabhängig gemacht hatte, in kleine Käfige zurückgesetzt. Und dann konnte man eben feststellen, dass die Ratten, die in einem größeren Freigehege sich bewegen konnten, zur viel größeren Zahl aufgehört haben zu konsumieren. Das heißt, die hatten dann die Wahl, die konnten trinken eben reines Wasser oder Wasser eben mit Morphium beziehungsweise Wasser mit Alkohol. Und dann haben die meisten Ratten, nicht alle übrigens, interessanterweise, haben damit aufgehört. Und das Gleiche hat man eben auch mit Alkohol. Das ist natürlich eine spannende Geschichte, deshalb wird die auch immer gerne erzählt, wobei natürlich der unmittelbare Vergleich zwischen Menschen und Ratten natürlich nicht zulässig ist. Ja, wobei eben interessant ist, dass die, die, also dass da anscheinend auch die Gemeinschaft eine Rolle gespielt hat, weil die, die ganz allein waren, ja keinen Kontakt hatten. Das ist genau der Punkt, dass die Isolation ist einer der höchsten Gründe, um Sucht aufrechtzuerhalten. Ja. Was auch wieder interessant für die Therapie ist, weil die Verbindung zu Menschen, bei denen ich mich wohlfühle, eben auch so wichtig ist, um wieder zu heilen. Ich persönlich glaube, dass das das A und O ist. Ich sage auch immer meinen ganzen Patientinnen und Patienten, alleine schaffst du es nicht. Sondern man muss irgendeinen Menschen haben, der an einen glaubt. Und wenn einem das vermittelt wird, auch wie das durch ihr Programm ist, man braucht eine positive Bestärkung. Man muss jemandem sagen, hey, der einem sagt, ich bin stolz auf dich, dass du es geschafft hast, heute wieder einen Tag nicht zu trinken. Und das hat eine unglaublich große Wirkung. Mittlerweile hat sich in der Wissenschaft ein Erklärungsansatz etabliert, der diese verschiedenen Erklärungsmodelle integriert. Das sogenannte biopsychosoziale Modell von Abhängigkeitserkrankungen. Dieses Modell ist sozusagen ein übergeordnetes Modell, in dem die anderen Modelle alle ihren Platz finden. Oft taucht in diesem Zusammenhang das sogenannte Suchtdreieck auf. Dieses Suchtdreieck besagt schlussendlich, dass eine Abhängigkeitserkrankung immer durch eine Mischung aus biologischen, sozialen und psychischen Faktoren entsteht. Es trägt also dem Umstand Rechnung, dass Alkoholabhängigkeit nie nur eine Ursache hat. Dass sie immer durch ein Bündel an genetischen, biochemischen, neurologischen, psychologischen, sozialen, politischen, ökonomischen, kulturellen, seelischen und emotionalen Faktoren entsteht. Das biopsychosoziale Modell distanziert sich also von diesem eindimensionalen es ist immer Trauma oder es ist nur Biochemie. Es betrachtet solch verschiedene Perspektiven nicht in Konkurrenz zueinander, sondern als einander ergänzend. Und ich finde das mega, weil dieses Modell halt Platz lässt für individuelle Geschichten, für verschiedene Wahrheiten und Sichtweisen. Dann gehen wir mal in Richtung Ursache. In diesem Bereich. Ja, ja. Nochmal, man kann es nicht so genau trennen, aber wir trennen es jetzt mal. Welche Rolle spielt denn die Genetik bei der Entstehung einer Alkoholabhängigkeit? Das ist gerade für die Menschen, die von einer Suchterkrankung betroffen wird, manchmal ein bisschen bedrohlich, wenn die lesen. Man sagt heute, je nach Studienlage zwischen 40 und 60 Prozent der Alkoholabhängigkeit sind genetisch bedingt. Und dann sagen die, dann kann ich da ja gar nichts dran ändern und dann bin ich da ja irgendwie hoffnungslos. Man weiß aber, dass es eben kein spezifisches Gen gibt, sondern es ist oft die Alkoholverträglichkeit, die genetisch vererbt wird und durch die das dann entsprechend kommt. Und zwar ist es so, dass umso besser ich Alkohol vertrage, umso höher ist das Risiko, suchtkrank zu werden, weil ich eben lange Spaß habe. Das heißt, ich kann, das wissen wir ja auch teilweise, fünf, sechs, je nachdem, bis zu 20 Jahren trinken, bis ich die ernsthaften Konsequenzen wirklich selber wahrnehme. Das ist eine Erbeigenschaft, die eben tatsächlich vererbt wird. Dann geht es noch um den Dopaminstoffwechsel. Sie wissen, einer der zentralen Auslöser der Sucht ist eben, dass das Dopaminsystem befeuert wird und dadurch eben dieses Belohnungserleben im Kopf künstlich durch Alkohol erzeugt wird. Da wird auch die Empfänglichkeit genetisch vererbt. Das heißt, es gibt Menschen, die da ein schwächeres System haben und die deshalb mehr Action brauchen, damit sozusagen ihr Belohnungssystem aktiviert wird. Die Faktoren spielen eine Rolle. Das ist interessant, weil das ist therapeutisch betrachtet, also wenn wir uns dann in den, was bedeutet dann die Definition, meine Abhängigkeit, für meinen Weg in die Abstinenz. Da ist ja die Genetik erstmal nur, ja, so schön zu wissen, aber schlussendlich. Das ist genau der Punkt. Es ist jetzt vor einiger Zeit in meinem Fachgebiet ein Professor in Rente gegangen, der über Jahre lang immer gesagt hat, Genetik ist so großartig und toll und er hat auch ganz viel super Ergebnisse rausgefunden und er hat auf einer seiner Schlussvorträge gesagt, aber hat es den Menschen geholfen und hat dann als Ergebnis seiner Laufbahn gesagt, dass seine Ergebnisse zwar wissenschaftlich wertvoll waren, aber keinem Menschen geholfen haben. Das würde dann helfen, wenn man jetzt in das Genom eingreifen könnte, was ja an vieler Stelle versucht wird, aber dann haben wir ja außer der Genetik auch noch das Problem, es geht ja nicht nur um die Erbgüter selbst, sondern es geht ja auch noch um die Genexpression. Das heißt, man kann ja die Information, die auf den Genen liegt, abrufen oder man kann die weniger abrufen. und dieser Mechanismus, der wird jetzt gerade in den letzten Jahren erst erforscht und natürlich gibt es immer wieder Menschen, die sagen, es wäre doch jetzt schön, wenn man eine Impfung jetzt geben könnte gegen Alkoholabhängigkeit und wenn man dann gegen Alkoholabhängigkeit geimpft ist, dann kann man so viel trinken, wie man will. Oder gegen Alkoholverträglichkeit. Ja, obwohl das jetzt so gar keine Rolle spielt, weil ich fand das jetzt schon interessant für mich zu wissen, ich habe eine sehr hohe Alkoholverträglichkeit vererbt bekommen und das war eben ein Puzzlestück, um mir praktisch dieses, warum bin ich eigentlich süchtig geworden, zusammenzusetzen. Aber klar, darüber hinaus... Es hat eine Bedeutung, es hat vor allen Dingen eine große Bedeutung im Rahmen der Prävention. Das heißt, wenn ich das weiß, dann kann ich die Menschen darüber aufklären und sonst sagt ja jemand, ja dann bin ich ja geschützt vor Alkoholismus, weil ich kann ja gut trinken. Genau, ganz im Gegenteil. Das ist ja der Irrtum, sondern zu sagen, hey, gerade du musst besonders aufpassen. Man sagt mir immer, wieso, ich habe gestern Abend eine Flasche Wodka getrunken, heute Morgen um halb sechs war ich wieder auf dem Gerüst, alles tadellos, erzähl mir noch keiner, dass ich potenziellen Alkoholiker werden könnte. Bei mir kann das nicht passieren und da ist das sehr wichtig, einfach zu sagen, okay, ich habe da ein Risikopotenzial in mir schlummern und deshalb passe ich auf, dass ich wenig oder gar keinen Alkohol trinke. Jetzt haben Sie eben schon das Belohnungssystem, das Dopaminerge-System angesprochen und das ist ein gutes Stichwort für das nächste Modell, das ich gerne ansprechen möchte, diese biomedizinische Betrachtung, wie sich dieses Modell Alkoholabhängigkeit erklärt. Könnten Sie uns das bitte auch nochmal erläutern? Ja, biologisch heißt ja, es kommen ja verschiedene Faktoren in der Biologie zusammen. Das sind eben nicht nur die genetischen Faktoren, die ich mitbringe, sondern das sind ja eben auch andere biologisch determinierte Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Und da spielt eben in dem Zusammenhang auch der Alkohol eine ganz große Rolle, dass eben der Alkohol ja auch in meinen Stoffwechsel eingreift und sozusagen Veränderungen durchführt. Und das ist im Grunde genommen mit der biologischen Komponente gemeint in der Summe. Da gehören eben die genetischen Faktoren, aber auch andere organische Faktoren dazu. Sie wissen zum Beispiel, das ist ja auch, glaube ich, fast jedem bekannt, dass Frauen schlechter Alkohol vertragen als Männer. Deshalb sind ja, wenn man so Mengenempfehlungen, wie viel man noch problemlos trinken darf, was ich persönlich auch für gefährlich halte, dann dürfen die Frauen immer nur die Hälfte von dem trinken, was die Männer trinken dürfen, weil die einen anderen Stoffwechsel haben. Das wäre zum Beispiel auch einer der biologischen Faktoren. Und was eben das ganz wichtig ist, wir hatten das eben schon, als wir uns bei den Patienten mit den Doppeldiagnosen ausgetauscht haben, ich kann eben nur durch konsequentes Alkoholtrinken jemanden alkoholabhängig machen. Das war früher viel der Fall. Ich bin ein paar Jährchen älter als sie, als ich früher Kind war. Und wenn dann bei uns zu Hause irgendwie mal ein Maurer was ausbessern musste am Haus, dann musste immer Bier im Haus sein, weil ein Maurer kam grundsätzlich nicht arbeiten auf eine Baustelle, auf der kein Bier da war. Und wenn morgens um neun eine Frühstückspause hatte, dann war sozusagen eine Bierflasche Pflicht. Gehörte zum Beruf des Maurers quasi dazu. War Zwang. Wahnsinn. War auch Gruppenzwang. Das war aber auch in anderen Bereichen so, zum Beispiel auch bei Autoproduktion, da wo sehr heiße Arbeitsplätze waren. Damals ließ ich das produktionstechnisch noch nicht durch Industrieroboter machen, sondern da mussten auch Menschen ran oder an Hochöfen, da bekamen die teilweise in der Firma von ihrem Arbeitgeber Bier zur Verfügung gestellt, weil man damals arbeitsmedizinisch der Auffassung war, dass das die Hitzeverträglichkeit erhöht. Wir selber würden aus unserer eigenen Trinkerfahrung vielleicht sagen, ist gar nicht so. Aber damals war man der Auffassung, wenn man am Hochofen oder an anderen heißen Arbeitsplätzen arbeitet, dann hat man Anspruch auf zwei Liter Bier pro Schicht. Und so sind auch Menschen quasi ohne, dass die, wie gesagt, andere Diagnosen haben, allein durch den Alkoholkonsum in die Sucht hineingetrieben worden. Und das ist für uns vollkommen wichtig, wenn wir uns nämlich mit der Alkoholindustrie kritisch beschäftigen wollen. Und dann ist nämlich auch klar, warum man generell dafür werben muss, dass Alkohol in Deutschland nicht so billig sein darf. Ja, ja. Und das finde ich an dieser, ich glaube, ich habe eben einfach das falsche Wort gewählt, das finde ich an dieser neurobiologischen Sichtweise so interessant, dieses, wenn du immer wieder diesen Stoff in dein Hirn lässt, dann führt es dazu, dass dein Hirn sich umbaut. Genau. Und dass du eben immer wieder diese Substanz brauchst, um überhaupt Freude zu empfinden und dass das, was vorher Freude gemacht hat, keine Freude mehr auslöst. Also Gemeinschaft, Nahrung, Sport und so. Das reicht alles nicht mehr, um Freude zu machen. Und das finde ich aber eben dann für den therapeutischen Weg auch ganz interessant, weil sich das ja wieder reguliert. Weil unsere Körper ja so toll sind, dass sich das wieder einpendeln kann. Ja, mit dem Einpendeln ist das so ein bisschen schwierig. Da streiten sich ja auch die Gelehrten noch. Es gibt ja von dem, auch Kollege von Jobst Böning, der hat ja den Begriff des Suchtgedächtnisses vor einigen Jahren so eingebracht und hat dann eben gesagt, na ja, da passiert eben im Gehirn eine möglicherweise irreversible Veränderung. Und das ist ja auch die Theorie, warum viele Selbsthilfegruppen sagen, einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker und das ist man dann lebenslang. Und das stimmt einerseits und stimmt andererseits eben auch wieder nicht. Und das erkläre ich immer meinen Patienten so, dass da natürlich eine irreversible Veränderung stattfindet. und ich vergleiche das, weil das haben die meisten irgendwo in ihrer Verwandtschaft mit einem Schlaganfallpatienten. Wenn ein Patient einen Schlaganfall gehabt hat, das ist ja oft mit einer Hirnblutung oder jedenfalls mit einer nachhaltigen Schädigung des Gehirns an einer Stelle verbunden, dann ist das Gehirn vernarbt. Das ist wirklich an der Stelle zerstört. Und da ist auch nichts mehr so. Jetzt gibt es aber Leute, die haben anfangs eine halbseitenlähmung und nach einem halben Jahr können die die Arme wieder bewegen. Und jetzt ist aber doch die Stelle da oben völlig zerstört. Wieso kann er denn seinen Arm wieder bewegen? Weil unser Gehirn Reservekapazität hat. Und ich kann eben die Funktion, die an der einen Stelle war und die auch wirklich geschädigt ist, die kann ich sozusagen an der anderen Stelle neu aufbauen. Und das muss ich tun. Und das wissen wir wie gesagt beispielshaft von Gehirnverletzten. Ihnen wird der Name Rudi Dutschke noch was sagen, der ja nach einer Schussverletzung am Gehirn lesen lernen musste wieder ganz neu. Weil die alte Funktion war eben durch die Schussverletzung weg. Aber er hat es natürlich wieder gelernt, weil es war noch genug Restchen da. Und so muss man sich das eben bei der Suchterkrankung teilweise auch vorstellen, dass bestimmte Sachen tatsächlich, ich sage da manchmal im Spaß, da sind dann die Synapsen verbogen im Gehirn. Aber ich habe ja noch mehr Möglichkeiten an anderer Stelle das wieder aufzubauen. Aber dafür muss man eben unter Umständen was ganz neu lernen. Und das ist eben nicht so. Den Wunsch haben wir natürlich alt, ich lasse den Alkohol weg und ich bin wieder der alte, fröhliche, gut Gelaunte, der alles so wieder vorher kann. Sondern ich muss, deshalb finde ich den Vergleich so gut wie der Mensch mit dem Schlaganfall, der muss dafür ganz viel tun. Der muss nämlich jeden Tag Krankengymnastik machen, erst mit Begleitung, dann ohne Begleitung, bis die Funktion wieder völlig hergestellt wird. Wobei das bei meinen Programmteilnehmerinnen und Programmteilnehmern tatsächlich oft echt so ist, dass dieses Glück von ganz alleine wiederkehrt, vielleicht auch, weil sie in der Suchtentwicklung noch nicht so fortgeschritten sind. Also viele müssen da gar nicht viel tun. Die hören einfach auf zu trinken und denken plötzlich so, oh mein Gott. Wie mit der Depression, dass auf einmal zack, ich merke auch, wie viel Zeit ich habe, wie viel sonst mir verloren gegangen ist durch meine Alkoholzeit. Also das beobachte ich immer wieder, dass es bei manchen echt schnell geht, dass diese Balance wiederhergestellt ist und dass diese Dinge, die eigentlich mal früher Freude gemacht haben, auch schnell wieder Freude machen. Was mit diesem Suchtgedächtnis vielleicht ganz interessant ist, also ich sage das gerne so, es gibt halt kein Zurück zuvor der Sucht, aber du kannst ja auf dem dann aufbauen. Und diese Freude, also ich habe zum Beispiel mal ein Interview gehört, in der eine Frau sagte, naja, also so, diese Freude, die sie mit Alkohol hatten, die werden sie ja nie wieder fühlen, aber sie können durchaus noch so ein ganz passables Leben führen. Da war ich so sauer, aber ich dachte, das ist so viel besser als alles, was ich mit Alkohol je erlebt habe, das, was ich jetzt heute fühle. Aber es ist klar, dass ich nämlich die Erfahrung, die ich oft mache, dass es Menschen ohne Alkohol besser geht als vorher mit Alkohol. Weil oft war ja diese alkoholische Freude so doll gar nicht, wenn man da mal genauer hinguckt, sondern es war im Grunde genommen auch ein bisschen Selbsttäuschung. Ja, genau. Und ich muss, wie gesagt, was dafür tun. Und das hängt wahrscheinlich eben auch mit der Länge der Suchterkrankung zusammen. Es gibt ja auch diesen schönen Begriff aus der Neurobiologie, diese Autobahnen und die kleinen Wege. Das heißt, wir laufen immer gerne auf den breiten, gut ausgebauten Straßen und die anderen Dinge, die müssen wir erst gehen. Und so ein Trampelfahrt, der entsteht eben dadurch, dass man trampelt. Und das heißt, wenn ich neue Glückserfahrungen haben will, dann muss ich mir Situationen dafür schaffen. Und da muss ich am Anfang erst mal was für tun. Das heißt, da muss ich erst mal rein investieren und dann muss ich rausgehen und dann muss ich auf andere Leute zugehen. Weil ich sage, wenn man zu Hause sitzt und wartet, dass einer bei einem klingelt und sagt, ich möchte jetzt den Nachmittag mit dir verbringen, das ist eher selten der Fall. Ja. Okay, also einpendeln, nein, im Sinne von, es gibt kein Zurück vor die Sucht. Ich kann nicht irgendwann wieder normal, in anderen Sprüchen, Alkohol trinken, aber einpendeln, ja, im Sinne von, ich kann diese Glücksgefühle, diese Freude und diese Lebensqualität wieder erlangen. Okay. Was sagt denn die lerntheoretische Sichtweise? Wir haben das ja in Teilen ja schon mal angesprochen, aber vielleicht machen wir das noch einmal separat, weil das echt so spannend ist. Die Lerntheorie ist was ganz Wichtiges, wo eigentlich kein Mensch, der sich mit Suchtkranken beschäftigen will oder auch selber mit seiner eigenen Betroffenheit auseinandersetzen will, drumherum kommt. Weil zu jeder Suchtentwicklung gehört eine Lernerfahrung. Das heißt, ganz unterschiedlich, es kann eben sein, wie wir es jetzt schon so gesagt haben, ich trinke was, dann habe ich eben diese biologische Komponente. Aber wir haben ja eben auch von den Menschen gesprochen, die auf andere Art und Weise an die Sucht kommen. Zum Beispiel, ich bin jung und ich bin schüchtern, das geht ja vielen Menschen so. Und ich will dann einen Mann oder eine Frau oder überhaupt irgendjemanden kennenlernen und ich weiß aber nicht, wie ich das mache und dann mache ich die Erfahrung, ein Gläschen Alkohol macht mich lockerer. Und dann bin ich mutiger und dann habe ich eine positive Lernerfahrung gemacht. Und das setzt sich entsprechend fort. Das ist ein Punkt, der sozusagen bei ganz vielen Menschen eine große Rolle spielt. Ich muss die positive Erfahrung machen, wenn ich jetzt nicht gewohnheitsmäßig wie der Maure Alkohol trinke, weil man es eben so trinkt, dann trinke ich Alkohol, wenn ich da was von habe. Wenn ich mir einrede, es schmeckt gut. Wir alle wissen, und die meisten wissen am Anfang, schmeckt das gar nicht. Geben sie mal irgendwie in einem, wird ja leider manchmal schon bei der Konfirmation, wird dann ja schon im Rahmen des Erwachsens werdenden Kind dann Alkohol gegeben. Die meisten Kinder mögen zumindest kein Bier, bei süßem Wein macht es vielleicht noch gehen. Da sind die Menschen den Ratten dann wieder ähnlich. Purer Alkohol ist halt erst mal nicht was, was dem Menschen so normal nahe liegt. Und dann mache ich aber die Erfahrung, der macht was mit mir und macht was mit meiner Stimmung. Das ist dann schon eine entsprechende Lernerfahrung. Oder ich habe das Gefühl, ich gehöre dazu oder bin cool oder werde plötzlich als Erwachsen wahrgenommen. Ja, und es gibt aber noch eine viel schlimmere Lernerfahrung, die immer so ein bisschen unter den Tisch gefallen wird. Das sind nämlich die Eltern. Das heißt, wenn ich in einem Elternhaus aufwachse, wo Alkohol dazugehört, das heißt, wo immer, wenn etwas Besonderes passiert, zum Beispiel ein Fest, Wein auf dem Tisch steht und Sekt auf dem Tisch steht, das heißt, dann kriegt der Alkohol auch eine entsprechende positive Bedeutung. Und es gibt ja ganz viele, viele Eltern, die auch am Anfang sogar das Alkoholtrinken ihres Kindes, ich sage mal, leider sogar befördern, dass man sagt, jetzt bist du 16, jetzt kannst du doch auch mal ein Bier mit trinken. Und die Kinder lernen am Modell. Das heißt, Kinder sind darauf angewiesen, sich Sachen von Papa und Mama abzugucken. Und wenn Papa und Mama Alkohol trinken und Alkohol zum ganz täglichen Leben dazugehört und ich dann erwachsen werden will, dann trinke ich, wenn Papa immer zum Abendbrot ein bis zwei Flaschen Bier trinkt und jetzt bin ich halt auch 16, dann trinke ich auch ein bis zwei Flaschen Bier. Obwohl mir das gar nicht schmeckt, aber ich mache das dann eben jetzt nicht in meiner Peergroup dazuzugehören, sondern ich mache das, weil ich eben erwachsen sein will und Erwachsene trinken Alkohol. Das habe ich so gelernt. Ja, oder denken Sie an ganz viele Feste. Es gibt Feste, wenn man da kein Alkohol trinkt, dann ist man draußen vor. Bei uns in Westfalen gibt es Schützenfeste, gibt es wahrscheinlich in Bayern auch. Das ist ritualisierter Alkoholkonsum. Oder nehmen wir hier in München das Oktoberfest. Ja, ja. Da geht man ja nicht zum Händelessen alleine hin, sondern ein ganz wesentlicher Bestandteil ist eben das gemeinsame Trinken. Und das sind alles Lernerfahrungen, die ich mache. Und da jetzt dem auch was entgegenzusetzen, das fällt auch vielen Leuten schwer, wenn dann Menschen erzählen, ja, wie feiere ich denn ohne Alkohol Geburtstag? Da gibt es Menschen, die müssen das erst mal üben und dann sagen, ja, ich kann das ja machen, aber meine Gäste, es kommt doch keiner, wenn es bei mir keinen Alkohol mehr gibt. Und ich selber möchte doch, meine Abstinenz, die ist noch nicht so stabil. Ich möchte eigentlich jetzt nicht hier, dass bei mir in der Wohnung getrunken wird. Ich bin so froh, dass ich den Alkohol rausgeschmissen habe. Was soll ich denn jetzt machen? Und da auch erst mal neue Strategien zu entwickeln, das ist dann wiederum auch eine Lernerfahrung. Richtig. Und das finde ich nämlich bei dieser Lerntheorie so interessant, weil du kannst natürlich in die Richtung lernen, du kannst aber auch wieder in die andere Richtung lernen. Und klar ist das hart, am Anfang dann jemanden anzusprechen, wenn du schüchtern, wenn du zum Beispiel getrunken hast, weil du schüchtern bist. Aber das kannst du ja genauso lernen. Und deshalb kann ohne Lerntheorie meines Erachtens keine vernünftige Suchttherapie stattfinden, weil ich komme damit alleine nicht hin. Das ist zu wenig, weil ich brauche noch andere Faktoren. Aber ich brauche das auf alle Fälle. Und wir wissen ja auch viel, zum Beispiel Craving als Stichwort. Das ist am Anfang am stärksten. Und umso länger ich schaffe, das durchzuhalten, das kann man mit Rauchern wunderbar üben, dass die sagen, sie wollen jetzt eine Zigarette. Und ich sage, jetzt bleiben wir erst mal fünf Minuten da sitzen. Oh, ist schon weniger geworden. Ja. Aber noch zehn Minuten. Oh, es ist auf einmal weg. Ja. Wunderbar. Und wenn ich das oft genug mache, dann weiß ich, ich kenne das, aber ich brauche davor keine Angst mehr haben, weil ich bin stärker. Ja. Ja. Das ist super schön gesagt. Das ist wirklich, wirklich, wirklich interessant zu sehen. Genau. Was eben auch, das ist der letzte Punkt, den ich jetzt in dieser Ursachensparte abdecken möchte, und zwar unser kulturelles Umfeld. Das haben Sie jetzt gerade auch schon angesprochen. Wie gehe ich denn in dieser alkoholgetränkten Welt dann raus und behaupte mich? Na, erstmal ist es wichtig, sich da selber Rückhalt zu geben. Also man muss das, wenn ich sozusagen in dieser Loser-Position bleibe, so nach dem Motto, du bist jemand, der ist irgendwie krank und der kann kein Alkohol trinken oder sowas. Das ist nicht die richtige Haltung. Das kann am Anfang, das empfehle ich meinen Klienten auch, da kann das total hilfreich sein zu sagen, ich nehme Medikament, ich darf kein Alkohol trinken. Aber irgendwann wünsche ich mir und die meisten meiner Klientinnen und Klienten, die schaffen das auch, dass die mit Selbstbewusstsein rausgehen und sagen, ich trinke nichts. Und das ist so ähnlich, kann man im Moment, passt das gesellschaftlich so ganz gut, wie früher hatte man so, also die Vegetarier hatten auch immer so ein bisschen so ein Image, du bist ja kein Fleisch, was willst du hier auf dem Land doch überhaupt, wir leben hier doch von der Schweinezucht und so und so. Und mittlerweile, das ist für viele Menschen völlig normal. Und dadurch würde es natürlich für die anderen auch einladen, dazu sagen, so toll ist Fleisch gar nicht, wenn ich dann Alternativen zu habe. Und das ist so das, was ich empfehle, dass man langsam gestuft, dann sind wir auch wieder beim Lernen, so ein Selbstbewusstsein aufbaut. Man darf am Anfang auch, man muss nicht sich hinstellen, ich glaube das nicht. Es gibt Menschen, die machen das, die finden das auch richtig. Ich heiße Ulrich und bin Alkoholiker, das ist für einige Leute gut und richtig, aber das muss nicht jeder tun, sondern es geht andere Leute gar nichts an. Ich entscheide, ob ich heute Mineralwasser trinke oder irgendwas anderes trinke. Und das muss ich nicht begründen, warum ich das tue. Ich begründe ja auch nicht, warum ich jetzt stilles Mineralwasser und keine Rhabarberschorle trinke. Würden Sie mich ja auch nie fragen, würden Sie sagen, Kemper, warum trinken Sie heute keine Rhabarberschorle? Bei Alkohol passiert Ihnen das, aber wie kein Wein? Dann hast du nicht doch noch ein Gläschen wenig, ach, ein Gläschen geht doch noch. Ja, das ist den Bus. Da muss ich mir Sorgen machen. Ja. Was ich bei diesem kulturellen Umfeld eben auch noch ganz spannend finde und warum ich auch der Meinung bin, dass wir eine viel bessere Alkoholpolitik brauchen, ist bei Alkohol sagt man, 15 Prozent der Leute, die Alkohol konsumieren, werden auch abhängig. Und wenn wir natürlich jetzt, kennen Sie das? Mehr sind es. Mehr? Meines Wissens sind es mehr, ja. Was haben Sie denn da für Zahlen? Wir sprechen ja heute, wissenschaftlich gesehen, nicht mehr von Alkoholabhängigkeit, sondern wir sprechen ja im Amerikanischen oder weltweit von der Substanzgebrauchstörung. Da würde dann eben in Deutschland auch noch der Missbrauch zugehören. Dann gehen wir davon aus, dass bei Männern 25 Prozent der Männer in ihrem Leben dann eine entsprechende Störung haben. Also jeder Vierte? Ja. Das geht natürlich weg, das wissen wir auch aus der Erfahrung. Jetzt gibt es ja keine Bundeswehrpflicht mehr, aber früher, ich hatte viele Freunde, die haben während der Bundeswehrzeit alle Kriterien einer Abhängigkeit erfüllt. Die sind dann nachher aus der Bundeswehr weg, haben eine Familie gegründet, sind in einen Beruf eingetreten und haben, dann war die Alkoholabhängigkeit weg. Die Diagnose. Okay, also dann, wenn wir den Missbrauch mit reinnehmen, dann sind es 25 Prozent. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass diese 25 Prozent in absoluten Zahlen natürlich immer größer werden, je mehr Leute trinken. Je mehr Leute trinken, desto mehr Menschen trifft es auch. Und deswegen vielleicht auch noch mal von Ihnen, welche Rolle spielt denn ein Umfeld, wie es in Deutschland oder in Österreich zum Beispiel auch herrscht, in dem Alkohol verherrlicht wird, omnipräsent ist, in dem geworben werden darf, sogar im Umfeld von Grundschulen, rund um die Uhr. Also ich persönlich finde das verhängnisvoll und denke, da muss unbedingt was passieren. Wir sehen das an anderen Ländern. Dann heißt es immer, ja, das kann ja die Alkoholabhängigkeit nicht gänzlich verhindern. Das stimmt auch. Aber ich kann den Einstieg verhindern. Und da haben wir eben in Deutschland ein super Beispiel jetzt mit der Tabakpolitik, wo ja auch früher, vor 20 Jahren, wer hätte da gedacht, die deutschen Kneipen wird nicht mehr geraucht. Die hätten alle, hätten sich an den Kopf gefasst. Oder auch, ja nicht nur Deutschland, Italien, kann man sich ein italisches Kaffee vorstellen, wo nicht geraucht wird. Und man kann es und es funktioniert auch. Und genau das ist, das ist aber Politik. Ja. Und da bin ich froh für Ihre Beiträge, die Sie da ja auch schon gebracht haben, weil natürlich auf ganz breiter Ebene letztlich die Alkoholindustrie Menschen ja letztlich schmiert. Das heißt, da wird der Fußballverein, der kriegt die Werbung und die Parteizeitung, die kriegt von der Brauerei was. Und es wird sozusagen auf ganz breiter Ebene wird entsprechend mit Alkohol, mit Alkoholgeldern, die spielen überall eine große Rolle. Und da will natürlich keiner drauf verzichten. Vielen Dank erstmal für diesen Ausflug in die verschiedenen Modelle. Ich habe noch ein schönes Bild, was ich Ihnen noch mit auf den Weg geben wollte. Das habe ich mal vor ein Jahr und ich weiß nicht mehr, wem ich es geklaut habe. Es ist nicht ursprünglich von mir, es ist auch nur geklaut. Und da sind nämlich diese unterschiedlichen Modelle der Alkoholabhängigkeit beschrieben worden mit unterschiedlichen Landkarten. Und das fand ich ganz schön. Wenn Sie also das Problem der Sucht haben, dann kann man ja von verschiedenen Eben drauf gucken. Das heißt, Sie können, wenn Sie zum Beispiel ja auch auf eine Landschaft drauf gucken, dann brauchen Sie als Radfahrer ja eine andere Landkarte, als wenn Sie jetzt als Ballonflieger da drüber fahren wollen. Und wenn Sie jetzt Wissenschaftler sind, also Geologe, dann wollen Sie ja wissen, was ist das jetzt für ein Gestein. Das muss jetzt wiederum der Wanderer ja nicht wissen, der da drüber läuft. Und das finde ich, es geht also im Grunde genommen um das gleiche Feld, was man hat, nämlich die Suchterkrankung. Aber man kann verschiedene Dinge zur Anwendung bringen und die sind alle richtig. Weil die Radfahrkarte ist ja genauso richtig wie die Karte, wo nur die Autobahnen drin eingezeichnet sind. Aber Sie fokussieren auf das, was jeder braucht. Ja. Und wie gesagt, der Geologe braucht was völlig anderes als der Autofahrer oder als der Mountainbiker. Das ist ein total schönes Bild. Und schlussendlich hat dann hinterher jeder seine ganz individuelle Landkarte, um für den Weg hinaus. Ja, und es macht aber auch für mich deutlich, dass jeder was Unterschiedliches braucht. Und dass ja der jetzt mit dem Auto da möglichst schnell durch muss, dass dem jetzt die Radkarte oder die Wanderkarte jetzt auch nicht wirklich hilft. Weil der will ja wissen, wo geht jetzt bitte schön die Autobahn da durch. Das ist ein gutes Stichwort. Sie haben ja viele psychotherapeutische Ausbildungen. Nicht nur die psychodynamische, sondern auch systemische, meine ich. Und noch eine? Ja, mehrere. Noch mehrere, genau. Sie sind wirklich Fachmann, was das angeht. Braucht denn jeder eine Therapie? Nein. Das ist ja, was ich eben schon sagte, es kommen ja überhaupt relativ wenig, jetzt prozentual gesehen, überhaupt in der Therapie an. Sondern es gibt ja eine Menge Menschen, die keine Therapie brauchen, weil sie zum Beispiel auch frühzeitig sogar von ganz alleine die Kurve kriegen. Die einfach merken, mir tut das nicht gut. Ich merke, ohne Alkohol geht es mir besser. Und die dann das Alkoholtrinken einstellen. Wenn aber jetzt tatsächlich eine gewisse, ich sage mal, Krankheit schon da ist, ob man das jetzt Missbrauch nennt oder leichte Alkohol, Gebrauchsstörung oder so weiter, das sei mir egal, dann glaube ich, schafft man es nicht alleine. Sondern dann braucht man jemanden, der einen unterstützt. Das kann manchmal ein Familienmitglied sein, das kann eine gute Freundin sein, das kann ein Programm sein wie ihrs. Es gibt auch Leute, die nur durch einen Selbsthilfegruppen besuchen, die sagen, ich mache keine Therapie, aber ich muss andere Leute haben, mit denen ich darüber reden kann. Ja. Weil die meisten Menschen, es gibt natürlich auch da Ausnahmen, wir sind halt soziale Wesen. Denken wir an den Rattenpark. Ich brauche Menschen, mit denen ich mich austauschen kann und was ganz wichtig ist, ich brauche positive Verstärkung. Ich brauche ab und zu jemanden, der mir sagt, hey, du bist richtig, so wie du bist. Ich freue mich, dass es dich gibt und er einem auch sagt, du machst das großartig. Aber der auch sagt, es ist schwer, weil das ist auch so, wenn ich durch eine schwierige Phase durch muss, dann brauche ich auch jemanden, der sich neben mich setzt. Und das ist noch so die Botschaft, die ich auch immer, wenn mich auch Angehörige fragen, dann sage ich, man muss gar nicht viel reden, es reicht manchmal da zu sein. Ja, total. Das finde ich so schön. Okay, also sucht euch jemanden, der an euch glaubt und der euch positiv verstärkt, der euch dabei unterstützt, neue Dinge zu lernen. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Also es hat mich wirklich, es war wahnsinnig interessant und danke, dass Sie hier waren. Sehr gerne. Vielen Dank auch Ihnen. Ich hoffe, dieses Interview konnte dir dabei helfen, zu verstehen, es gibt nicht die Wahrheit. Wenn dir also irgendjemand sagt, so wie du dir das erklärst, mit deiner Sucht ist das falsch, hör nicht hin. Informier dich und hör dann auf dich. Such du dir die Erklärung oder die Kombination aus Erklärungen, mit der oder denen du arbeiten kannst, mit der oder denen du nüchtern werden kannst. Such du dir die Erklärung, die dich in die Abstinenz führt. Darauf kommt es an. Denn ja, die Wahrheit, die gibt es bei diesem Thema nicht. Es gibt mindestens 36. Da kannst du dir ruhigen Gewissens die raussuchen, die dir hilft. Gib Dr. Kemper unbedingt einen Daumen hoch und bitte abonniere diesen Kanal hier. Damit sorgst du dafür, dass sich meine Inhalte noch stärker verbreiten. Ich wäre dir sehr dankbar dafür. Vor allem aber danke ich dir fürs Zuschauen und dafür, dass du dich hier informierst. Es freut mich wirklich sehr. Alles Liebe und bis nächste Woche. Tschüss. 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 Tschüss.